Volksfeste sind im Brauchtum verankerte regionaltypische Feste, die oft eine lange Tradition besitzen. Oft beziehen sie sich auf kirchliche Feste oder auf den Beginn des Frühjahrs oder Herbstes und werden zum Teil in kleinsten Dörfern und in Städten unterschiedlich gefeiert. Manche haben sich im Laufe der Jahrhunderte aus einem Jahrmarkt entwickelt. An diese Tradition knüpft der bei vielen Volksfesten am Rande des Festplatzes gelegene Krämermarkt an. Beschreibung Im Unterschied zu Stadtfesten und anderen Großveranstaltungen wird das Erscheinungsbild eines Volksfestes von den zum Teil riesigen Fahrgeschäften geprägt. Sie werden, wie auch die vielen anderen Attraktionen, von der Würstchenbude über die Festzelte von den Schaustellern betrieben. Große Volksfeste werden von bis zu 100.000 Leuten besucht, doch sind genaue Zahlen nur schwer zu bekommen. Da das Areal eines Volksfestes im Regelfall frei zugänglich ist und jeder auf dem Fest vertretene Schaustellerbetrieb als eigenständiges Unternehmen geführt wird. In den meisten Städten finden Volksfeste auf einem eigenen Platz, dem Festplatz, statt. Es gibt aber auch Volksfeste, die in der Innenstadt stattfinden und mehr Stadtfesten ähneln. Je nach Organisationsform spricht man auch von Straßenfesten. Wenn sich beispielsweise die anliegenden Läden und Firmen einer Einkaufsstraße dazu zusammenfinden, Volksfeste werden oftmals durch den Anstich eines Bierfasses durch einen hohen Kommunalpolitiker der Gemeinde, in der das Fest stattfindet, eröffnet. Während in Deutschland ein Volksfest oftmals aus Fahrgeschäften und Buden vieler verschiedener Schausteller von einem sogenannten Platzmeister zusammengestellt wird, werden in anderen Ländern teilweise ganze Festplätze von einem einzigen Schausteller bestückt. Anders hingegen gestalten sich Volksfeste in kleineren Orten, Gemeinden oder Stadtteilen, dort oftmals Kirmes oder Kerb genannt, bei dem der Schwerpunkt weniger in den Fahrgeschäften als in den feierlichen Aktivitäten liegt. In ländlichen Gegenden besitzt der Besuch der eigenen oder der Kirmessen der Nachbardörfer, Gemeinden eine lange Tradition. So wird eine Dorfkirmes von der dortigen Burschenschaft ausgerichtet, die dann von den Burschenschaften umliegender Orte besucht wird. Im Gegenzug fährt die ausrichtende Burschenschaft auf die Volksfeste der anderen. In der Regel ist bei einem größeren Volksfest der Eintritt frei und sind die Attraktionen einzeln zu bezahlen. Es gibt allerdings auch Ausnahmen wie den von Faboulleva in den Niederlanden, bei dem ein geringer Eintrittspreis zu zahlen ist, der dann teilweise als Mindestumsatz wieder eingelöst werden kann. In den Niederlanden ist ein Preissystem verbreitet, bei dem der Veranstalter einen sehr geringen Maximalpreis für die Attraktionen festlegt. Da dieses teilweise deutlich unter den üblichen Preisen der Fahrgeschäfte liegen, werden die Fahrzeiten dann unter Umständen aus Kostengründen gekürzt oder die Schausteller vom Veranstalter subventioniert. Bei der größten Kirmes der Niederlande, der Tilburgse Kermis, werden die Preise dagegen von der aktuellen Nachfrage abhängig gemacht, so dass bei geringem Andrang mit einem niedrigen Preis gelockt wird und bei höherem Aufkommen die Preise erhöht werden. Liste von deutschen Volksfesten In der nachfolgenden Liste sind einige der größten und berühmtesten deutschen Volksfeste, sortiert nach Besucherzahlen, aufgeführt. Liborie, Freimarkt und Stoppelmarkt sind die ältesten der großen deutschen Volksfeste, während das Oktoberfest erst seit 1811 stattfindet. Liborie gilt als das älteste deutsche Volksfest, weil es auf ein Ereignis im Jahr 836 zurückzuführen ist. Das Fest fand ab dem 9. Jahrhundert statt und änderte im Laufe der Jahrhunderte seinen Namen und Platz. So geht die spätere Lüborike-Mess auf den 1521 gestarteten Magdalenenmarkt zurück. Laut Aussagen der Veranstalter ist das Lullusfest das älteste Volksfest Deutschlands, deren geschichtlicher Ursprung eine kirchliche Feier aus dem Jahr 852 ist. Zum Alter der Volksfeste im deutschsprachigen Raum siehe auch die separate Tabelle weiter unten. Das subjektive Empfinden der Größe eines Volksfestes ist stark von belegter Fläche und der Besucherzahl bestimmt. Während Cannstatter, Vasen und Münchner Oktoberfest sich bei der Fläche noch deutlich von anderen deutschen Volksfesten absetzen, fallen bei der täglichen Besucherzahl neben diesen und dem Hafengeburtstag in Hamburg mehrere Volksfeste kleinerer und mittelgroßer Städte auf. Liste von österreichischen Volksfesten In der nachfolgenden Liste sind einige der größten und berühmtesten österreichischen Volksfeste aufgeführt. Liste von Schweizer Volksfesten In der nachfolgenden Liste sind einige der größten und berühmtesten Schweizer Volksfeste aufgeführt. Liste von luxemburgischen Volksfesten Die ältesten Volksfeste Madelbau Es gibt Modellbauer, die Volksfeste im Modell nachbauen. Hierbei werden auch die Fahrgeschäfte als mit Lichteffekten ausgestattete Funktionsmodelle nachgebildet. Siehe auch Jahrmarkt, Kirmes, Schützenfest, Altstadtfest, Stadtfest, Freiluftkonzert, Technoparade, Fahrgeschäft, Dosenwerfen, Schausteller, Vergnügungspark, Festzelt, Fliegenderbau, Stillleben, Ruhrschnellweg.